Herzlich Willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 2. September. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerin, lieber Hörer. Die Losung für den heutigen Montag steht in Psalm 147, Vers 3. Der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Neulich ist meine Lieblingstasse zerbrochen. Eine große Tasse, dunkelblau mit weißen Punkten. Gut, eigentlich ist nur der Henkel abgebrochen. Einfach so. Weil es meine Lieblingstasse ist, habe ich natürlich versucht, die Tasse zu reparieren. Mit Sekundenkleber. Es hat leider nicht funktioniert. Gleich beim nächsten Teetrinken ist der Henkel wieder abgebrochen. So schade. Immer wieder geht im Leben etwas kaputt oder zerbricht. Knochen, die man sich bricht. Die Kupplung beim Auto. Die Freundschaft, bei der es einfach nicht mehr passt, obwohl sie mal so schön war. Sachen gehen kaputt, manchmal wie von selbst. Einfach mit der Zeit. Auch Herzen können brechen. Verletzt sein. Beschädigt werden. Durch böse Worte, die einer gesagt hat und die sich tief ins Herz eingraben. Das Herz kann bluten, weil ich einen Lieblingsmenschen verloren habe. Ein paar Alltagsschrammen hat mein Herz auch. Von Situationen, die angeblich nicht so schlimm sind. Aber es tut weh, wenn ich daran erinnert werde. Wie damit umgehen, wenn etwas zerbricht. Mit einem Knochenbruch gehe ich am besten zum Arzt. Ein einfacher Teller, der zu Brucht geht, wird vermutlich weggeworfen und ersetzt. Bei einer schönen Vase machen wir uns manchmal die Mühe, sie zu kleben. Selbst wenn sie danach nicht mehr ihrer eigentlichen Bestimmung gemäß zu benutzen ist. Aber wegwerfen, dafür ist sie zu kostbar. Wenn auch nicht unbedingt im materiellen Sinn. In Japan gibt es eine alte Kunst, die sich der Heilung von Zerbrochenem widmet. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Kintsugi heißt diese Kunstform, die zum Beispiel eine zerbrochene Schale reparatet. Viel Sorgfalt, Geduld und Liebe sind notwendig. Erst werden die zerbrochenen Teile gesichtet und überlegt, in welcher Reihenfolge die Teile zusammengesetzt werden müssen, damit die Schale wieder ihre ursprüngliche Gestalt bekommt. Behutsam sind die Teile in die Hand zu nehmen, um zu entscheiden, wo und wie viel Kleber aufzutragen ist. Ist dieser zwischen zwei Teilen angebracht, heißt es warten, bis er fest geworden ist. Stück für Stück wird die Schale so repariert. Wenn die Schale wieder zusammengefügt ist, kommt der wichtigste Schritt bei Kintsugi. Die immer noch sichtbaren Risse werden mit Goldstaub überzogen. Der Schale wird und soll man ansehen, dass sie zerbrochen war. Aber man sieht eben auch, dass das Zerbrochene geheilt wurde. Ja, nicht nur das, das Zerbrochene wurde vergoldet. Auf ihre eigene Weise ist die Schale sogar noch schöner geworden. So ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Gott unser zerbrochenes Herz heilt. Sorgfältig, geduldig, liebevoll geht er vor. Nimmt unser Herz in die Hand. Repariert, verbindet, vergoldet. Mit ruhiger Hand und Zeit. Voller Liebe für das Zerbrochene. Gott heilt, was zerbrochen ist. Ohne zu leugnen, was geschehen ist. Gott lässt Neues entstehen. Vergoldet. Ich gebe zu, dass wir das nicht immer gleich spüren können. Dass uns alte Verletzungen immer wieder einholen. Genauso wie Ängste, die wir eigentlich längst abgelegt haben. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass Gott heilt. Ja, aber in seinem Tempo. Nicht in meinem. Mir hilft es, den biblischen Vers in seinem Kontext. Also Psalm 147 als Ganzes zu lesen. In der Lutherbibel ist er überschrieben mit Gottes Walten in Schöpfung und Geschichte. Der Beter des Psalms beschreibt, dass Gottes Handeln in unserer Welt sichtbar wird. Dass der Regen fällt, das Gras wächst und die Sterne am Himmel stehen. So sorgt Gott für uns. Was wir dafür tun können, damit unser Herz und unser Leben heil wird und Brüche geheilt werden? Genauso viel wie eine zerbrochene Schale. So gut wie nichts. Wir dürfen uns der ruhigen Hand Gottes überlassen und seiner Liebe. Er nimmt unser Herz in seine Hand. Er schenkt uns ein neues, geheiltes Herz, das übervoll ist mit seinen guten Gaben. In allem, gerade auch in den schweren Erfahrungen unseres Lebens gilt, Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Bleiben Sie Gott befohlen. Herzlich grüßt Sie aus Blitzhausen, Ihre Pfarrerin Julia Kling. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020